Herzlich Willkommen zum Astrologischen Monatsüberblick für den Juni 2018. Für alle Sternzeichen. Liebe Leute, in diesem Monat ist es nun soweit. Das, was ich und viele andere Astrologen schon seit Anfang des Jahres angekündigt haben, erwartet uns nun. Und zwar wird Mars Ende Juni am Ende der ersten Dekade Wassermann rückläufig und wird dann hier in den kommenden Wochen den Sommer hindurch in den Steinbock zurücklaufen. Das ist eine besondere Sache, wenn Mars rückläufig wird, denn Mars wird ziemlich selten rückläufig, aber in diesem Jahr wird nicht nur Mars rückläufig, zudem wird ungewöhnlicherweise auch Venus rückläufig. Venus wird zwar erst im Oktober 2018 rückläufig, aber es ist doch eine beachtenswerte Angelegenheit, dass hier beide Faktoren, die so maßgeblich und so grundlegend für unser Beziehungsleben sind, in diesem Jahr rückläufig werden. Mars symbolisiert die männliche Energie, Venus symbolisiert die weibliche Energie und wenn beide Faktoren, die halt das männliche und das weibliche symbolisieren, in einem Jahr rückläufig werden, dann gibt uns dieses Jahr ganz besondere Möglichkeiten, um hier mehr Harmonie, um hier mehr Einigkeit, um hier mehr Gleichklang zwischen dem gegensätzlichen Polen, also männlich und weiblich, Mann und Frau herzustellen. Aber ich kann immer wieder nur betonen, dass natürlich wir alle unsere männlichen und unsere weiblichen Aspekte haben und dementsprechend geht es natürlich auch darum, innerhalb von uns selbst mehr Gleichklang, mehr Harmonie, mehr Einigkeit herzustellen. Denn der größte und brutalste Krieg, den ein jeder von uns in seinem Leben führt, ist der Krieg von den gegensätzlichen Elementen innerhalb von uns selbst. Das Problem liegt bloß darin, dass wir allzu oft das Innere nach außen kehren und dann im Außen die Menschen bekämpfen, anstatt uns darum zu bemühen, die Dinge innerhalb von uns selbst ins Gleichgewicht zu bringen. Wie immer, wenn so ungewöhnliche Dinge passieren, wie ein rückläufiger Mars oder auch eine rückläufige Venus, werde ich das natürlich in einem extra Video besprechen, weil das Thema mir einfach zu wichtig ist und es auch zu umfangreich ist, als dass ich das jetzt hier in das Video mit einbringen könnte. Nichtsdestotrotz möchte ich doch auf einige Themen schon hinweisen, denn wenn Mars am 26.06. von der Erde aus gesehen rückläufig wird, ist er der Erde besonders nah. Er kriecht den ganzen Juni hindurch, jetzt hier schon im Schneckentempo durch die ersten Grade des Wassermanns, also er kommt hier der Erde schon immer näher, hat sein Tempo schon enorm gedrosselt und gibt uns dadurch gerade jetzt im Juni halt auch eine ganz besondere Möglichkeit, uns auf tiefster Ebene und auch sehr bewusst mit unseren Marsenergien zu verbinden. Mars symbolisiert wie gesagt die männliche Energie. Mars symbolisiert aber auch unser Ego, unser Ich-Bewusstsein, unser Identitätsbewusstsein. Mars symbolisiert unseren Kampfgeist. Mars ist in der Mythologie der Gott des Krieges, was natürlich glücklicherweise nicht immer ganz tatsächliche Kriege sein müssen, aber halt die kleineren und größeren Kriege oder auch Streitigkeiten, denen wir halt im Alltag so ausgesetzt sein können, werden halt viel von unserem Mars beeinflusst. Von der Art, wie wir unseren Mars leben und wie wir halt auch auf den Mars von anderen reagieren. Also sind wir jemand, der Mars symbolisiert, auch unsere Wut, unser aggressives Potenzial, sind wir jemand, der schnell an die Decke geht, sind wir vielleicht sogar jemand, der andere sehr gerne provoziert, der gerne irgendwie einen Streit entfacht, sind wir jemand, bei dem es sehr, sehr lange dauert, bis er ausrastet, sind wir vielleicht jemand, der seine Wut unterdrückt, der seine Aggression enorm kontrolliert, vielleicht auch übermäßig kontrolliert. Mars symbolisiert auch unsere sexuelle Energie und auch wie wir mit unserer sexuellen Energie umgehen und auch hier wieder die Themen, inwieweit wir halt jemand sind, die einen sehr natürlichen Zugang zu unserer Sexualität haben oder sind wir vielleicht jemand, der hier übermäßig aktiv oder vielleicht sogar gar besessen ist im sexuellen Bereich oder aber sind wir vielleicht jemand, der einen sehr problematischen Zugang zu seiner Sexualität hat, der seine Sexualität vielleicht gar nicht lebt. Also all das wird durch Mars symbolisiert. Mars symbolisiert auch unsere Handlungsfähigkeit, die Art, wie wir aktiv werden. Während Venus, das oder auch den symbolisiert, wen oder was wir begehren, symbolisiert Mars, wie wir uns das denn nehmen oder wie wir an die Dinge herangehen, um das zu bekommen, was wir haben wollen. Und da Mars hier aus dem Wassermann in den Steinbock, in das Zeichen der Reife, in das Zeichen des Verantwortungsbewusstseins, in das Zeichen der Meisterschaft zurückläuft, haben wir halt mit dieser Rückläufigkeitsphase von Mars wirklich eine große Chance, diese Themen, die ich jetzt hier angeschnitten habe, die ich dann wie gesagt in einem Extra-Video ausführlicher besprechen werde, zu meistern. Und halt auf eine wesentlich befriedigendere Art mit diesen marsischen Themen umzugehen. Wenn Mars rückläufig ist, Mars hat seinen Schatten bereits am 12.05.2018 betreten, auch wenn er erst am 26.06. von der Erde aus gesehen rückläufig wird, befinden wir uns bereits in der Rückläufigkeitsphase von Mars. Und wann immer wir uns in einer rückläufigen Phase von Mars befinden, wird angeraten, halt keinen Streit zu entfachen, ja, und halt sich möglichst bedeckt zu halten, was dieses Thema betrifft, was natürlich auf der anderen Seite um Gottes Willen nicht bedeuten soll, dass wenn man angegriffen wird, wenn man meinetwegen überfallen wird, oder auf bösartigste Art provoziert wird, dass man sich nicht wehren darf. Aber selbst für diejenigen, die halt völlig unschuldig sozusagen angegriffen werden, bietet diese Rückläufigkeitsphase von Mars halt eine besonders gute Chance zu schauen, wie kann ich denn darauf reagieren? Also muss ich mich nur, weil jemand mich angreift, muss ich mich darauf einlassen? Wie gesagt, es gibt natürlich Situationen, ja, wenn man überfallen wird, sollte man sich in der Regel wehren, aber es gibt doch vielleicht auch einige andere Situationen, in denen man, ja, sich sozusagen abtrennen kann, denn genau diese Eigenschaft symbolisiert ein Mars im Wassermann und sich sagt, okay, ist sein oder ihr Problem, habe ich jetzt gar nichts mit zu tun und ich habe ganz andere Sachen im Kopf, als mich jetzt hier in einen Streit verwickeln zu lassen. Liebe Leute, ich werde, wie gesagt, ein extra Video zu dem Thema machen und dann auch andere Aspekte der Rückläufigkeitsphase von Mars darin besprechen. Nichtsdestotrotz möchte ich halt wirklich betonen, wie wichtig es, gerade auch in diesem Monat ist, dass wir uns sehr bewusst mit diesen ganzen Themen, die durch Mars symbolisiert werden, auseinandersetzen. Wir haben am 13.06. dann einen Neumond. Es handelt sich hier um einen Neumond in den Zwillingen. Am Anfang der dritten Dekade Zwillinge auf 22 Grad verbinden sich hier Sonne und Mond miteinander. Ein neuer Mondzyklus wird also eingeleitet und wann immer wir einen Neumond haben, möchten uns die Energien darin unterstützen. In dem jeweiligen Bereich halt etwas Neues zu begehen. Je nachdem, wo die Zwillinge für euch persönlich liegen, also ob die halt im Beziehungsbereich liegen, ob die im familiären Bereich, im beruflichen Bereich, im finanziellen Bereich liegen, das ist dann natürlich immer nur im individuellen Fall zu klären. Aber allgemein symbolisieren die Zwillinge halt Kommunikation. Und Kommunikation ist natürlich so viel mehr als das, was wir oft damit verbinden, also sprich ein Gespräch zu führen. In den Zwillingen geht es um die gesamte Bandbreite der Kommunikation, also natürlich um Gespräche, aber auch um Kommunikation über das Internet, um nonverbale Kommunikation. Wir können auch über unsere Gefühle kommunizieren, wir können körperlich durch Körperkontakt kommunizieren, wir können sogar über Dinge kommunizieren, warum Merkur, der Herrscher der Zwillinge, auch der Gott, der Händler ist. Denn auch der Austausch von Waren ist natürlich eine Form von Kommunikation. Also wie gesagt, die gesamte Bandbreite der Kommunikation wird hier angesprochen. Und je nachdem, wo sich das in eurem persönlichen Horoskop befindet, dann mehr die eine oder die andere. Also wenn sich das zum Beispiel im Bereich der Karriere befindet, dann geht es hier wahrscheinlich eher um einen Austausch von Waren oder natürlich auch um Kommunikation, je nachdem, woraus eure Karriere besteht. Aber es ist halt auch der erste Neumond in den Zwillingen seit ungefähr vier Jahren, der halt ohne eine Opposition von Saturn im gegenüberliegenden Schützen stattfindet. Und die Zwillinge sind halt auch ein Zeichen der Leichtigkeit, der Absichtslosigkeit, die halt mit Leichtigkeit auch in Verbindung steht. Ich weiß, wir Deutschen verbinden mit dem Begriff Oberflächlichkeit oft etwas Negatives. Aber es gibt auch eine sehr wichtige, entscheidende und eine sehr angenehme Form von Oberflächlichkeit. Denn in den Zwillingen geht es darum, überhaupt erst mal Kontakte zu knüpfen. Und bevor man hier in die Tiefe geht oder bevor man hier überhaupt Absichten hat und sich ein genaues Bild macht, muss man sich ja erst mal mit einer gewissen spielerischen Leichtigkeit herantasten. Und ich merke zum Beispiel immer wieder, wenn Männer mich ansprechen, dass ich sofort auf Abwehr gehe, wenn ich merke, da ist so eine ganz gezielte Absicht dahinter. Also anstatt das erst mal mit einer gewissen Neugierde, die in den Zwillingen auch eine große Rolle spielt, mit einem Wunsch eines Austausches, also sprich den anderen überhaupt erst mal kennenzulernen, einher geht, geht es dann oft so, dass ich merke, die Männer haben ein ganz bestimmtes Ziel, die haben ein ganz konkretes Bild im Kopf und entweder ich entspreche dem oder ich entspreche dem nicht. Und da gehe ich dann innerlich sofort auf Distanz oder lasse mich erst gar nicht drauf ein. Denn wie gesagt, in solchen Situationen, also wenn man jemanden gerade erst kennenlernen, ist es absolut wichtig, dass man halt diese Absichtslosigkeit, diese Leichtigkeit und in diesem Sinne auch diese angenehme Form von Oberflächlichkeit mit einbringt. Natürlich in bereits bestehenden Beziehungen, also wenn ihr euch in einer langjährigen Beziehung befindet, dann sieht das etwas anders aus, aber selbst da kann man dann auch mal gucken, ja, wo bin ich vielleicht zu sehr verstrickt, wo bin ich vielleicht überengagiert, ja, und wo kann ich oder wie kann ich auch mehr Leichtigkeit in eine bereits bestehende Beziehung reinbringen, mehr Fröhlichkeit, darum geht es in den Zwillingen auch. Die Zwillinge sind ein Zeichen des Frühlings, ja, also bunt, vielfältig, fröhlich, abwechslungsreich, ja, und wie kann ich diese Elemente eventuell auch in eine langjährige Beziehung wieder reinbringen oder aufleben lassen, denn ein Neumond will uns ja immer darin unterstützen, etwas Neues zu begehen. Dann haben wir am 28.06. einen Vollmond, der von einer gewissen Ernsthaftigkeit begleitet wird, nicht nur, weil es sich hier um einen Vollmond im Steinbock handelt, sondern weil dieser Vollmond zudem in direkter Konjunktion zu Saturn, dem Herrscher des Steinbocks, stattfindet. Der Mond verbindet sich hier mit Saturn in der ersten Dekade Steinbock auf ungefähr 6 Grad, die Sonne befindet sich im gegenüberliegenden Krebs, und diese drei Faktoren bilden auch harmonische Aspekte zu Uranus im Stier. Diese Achse Krebs-Steinbock ist eine enorm vergangenheitsbezogene Achse. Sie hat auch sehr viel mit unseren frühkindlichen Prägungen zu tun, mit unseren familiären Prägungen, wie wir konditioniert wurden, wie wir aufgewachsen sind und was dann im Laufe unseres Lebens später daraus erwächst, beziehungsweise was wir daraus erwachsen lassen. Und genau darum geht es halt bei Saturn, dass wir Verantwortung übernehmen für uns selbst, also wenn wir meinetwegen in unserer Kindheit oder auch vielleicht in unserer jüngsten Vergangenheit vielleicht enttäuschende Erfahrungen gemacht haben oder nicht das bekommen haben, was wir uns gewünscht haben, dann geht es unter dem Einfluss von Saturn halt auch darum, Verantwortung für unsere bisherigen Erfahrungen in unserem Leben zu übernehmen und da zu gucken, was wollten diese Erfahrungen mich lehren und wie kann ich daran wachsen und wie kann ich das Beste daraus machen. Manchmal geht es unter dem Einfluss von Saturn aber auch darum, Verantwortung zu delegieren. Saturn symbolisiert den Chef, die Chefin. Und ein guter Chef muss natürlich nicht nur selbst Verantwortung übernehmen können, er muss natürlich auch wissen, wann er Verantwortung zu delegieren hat, wann er halt auch Verantwortung abzugeben hat, denn sonst wäre er ein überaus kontrollierender Chef und höchstwahrscheinlich auch ein stets überforderter Chef. Und von daher, da ist es natürlich auch sehr wichtig, wo dieser Vollmond, also diese Achse Krebs-Steinbock sich für euch persönlich befindet, also ob das hier euer Familienleben betrifft, ob das hier euren beruflichen Bereich betrifft, ob das vielleicht auch euer Liebesleben betrifft, ob das euren freundschaftlichen Bereich betrifft, ob das euren finanziellen Bereich betrifft. Aber vielleicht hört ihr ja schon raus oder könnt das dann auch im Laufe des Monats zurückverfolgen, in welchem Lebensbereich es nun für euch angesagt ist, hier entweder selbst mehr Verantwortung zu übernehmen oder aber auch Verantwortung zu delegieren. Also im konkreten Beispiel könnte das zum Beispiel sein, wenn es für euch sich im Liebesleben abspielt und ihr vielleicht für euren Partner immer mit aufkommen müsst, vielleicht immer die Miete für euren Partner bezahlen müsst oder vielleicht jedes Mal bezahlen müsst, wenn ihr zusammen essen geht oder wenn ihr zusammen verreist, also wenn das nicht gerade irgendwie für beide die perfekte Regelung ist und ihr vielleicht darunter leidet, dass ihr dann halt auch schaut, inwieweit kann ich hier Verantwortung abgeben. Also inwieweit kann ich meinen Partner dazu bringen, dass er halt auch seinen Teil zur Miete beisteuert oder dass er halt auch seinen Teil zu unserer nächsten Reise beisteuert und, und, und. Ja, also das ist dann natürlich wirklich höchst individuell, wie sich das im persönlichen Horoskop abzeichnet, aber vielleicht könnt ihr ja schon heraushören, um was es hier für euch gehen könnte oder wie gesagt, da es sich ja erst Ende des Monats abspielen wird, dann im Laufe des Monats vielleicht dran denkt, aha, ja, hier in diesem Fall muss ich vielleicht mehr Verantwortung übernehmen oder in diesem Fall muss vielleicht mein Partner oder mein Kind oder mein Kollege mehr Verantwortung übernehmen. Im Steinbock geht es aber auch um Grenzen. Saturn, der Herrscher des Steinbocks, ich nenne ihn gern den Herrn der Ringe, weil er ja diese wunderbaren Ringe um sich herum hat, symbolisiert halt auch Grenzen. Und hier geht es mit diesem Vollmond für uns denn darum und ich kann nur immer wieder betonen, ein Vollmond ist natürlich nicht nur an dem Tag aktuell, an dem er stattfindet, sondern die Mondzyklen kennzeichnen halt wirklich Zyklen in unserem Leben, ja, und von daher ist das schon etwas, was sich spätestens ab der zweiten Monatshälfte für uns abzeichnen wird, ja, und da halt auch schauen, wo muss ich mich vielleicht mehr abgrenzen und Grenzen, so oft denken wir bei Grenzen nur an Grenzen nach außen, ja, wie muss ich mich meinetwegen einem nervigen Nachbar gegenüber abgrenzen, ja, aber Grenzen sind so wichtig in erster Linie im Inneren zu ziehen, ja, denn wenn wir im Inneren uns abgrenzen, also zum Beispiel keine Wut auf diesen Nachbar zu haben oder mich nicht auf Streitigkeiten mit diesem Nachbar oder mit diesem Kollegen oder mit wem auch immer einzulassen, wenn wir innerlich hier bestimmte Grenzen festlegen, dann wirkt sich das auch automatisch im Außen ganz anders aus, also wenn wir innerlich sehr klar mit uns sind und genau wissen, worauf wir uns einlassen, worauf wir uns nicht einlassen, dann können wir halt auch das im Außen ganz anders erleben, weil wir dann eine ganz andere Ausstrahlung haben. Für manche geht es aber vielleicht auch darum, Grenzen zu erweitern. Saturn und der Mond im Steinbock bilden hier, wie gesagt, ein harmonisches Trigon zu Uranus, dem Planet der Befreiung, der eigentlich genau den Gegensatz von Saturn symbolisiert, also während Saturn abgrenzen will, will Uranus die Grenzen sprengen und Befreiung bringen, ja, und von daher und gerade dadurch, dass es sich hier um einen harmonischen Aspekt mit dem Trigon handelt, kann es sein, dass ihr hier eine sehr schöne Balance findet, zwischen gesunden Grenzen zu wahren, aber halt auch offen, kontaktfreudig zu sein und experimentierfreudig zu sein für Neues im Leben. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen, und ihr könnt euch gerne auf meiner Website über meine Angebote informieren. Ich führe natürlich persönliche Sitzungen durch über Skype oder auch telefonisch. Ich erstelle Aufnahmen zu euren Geburtshoroskopen, Partnerschaftshoroskope, Kinderhoroskope, eure aktuelle Zeitqualität, also schaut euch einfach um auf meiner Website. Ihr könnt gerne meinen Blog verfolgen, auf dem ich mich dann im Laufe des Monats auch immer mal wieder melden werde und das besprechen werde, was sich gerade so ereignet. Wie immer könnt ihr auch meine spezifischen astrologischen Videos downloaden, das findet ihr auch auf meiner Website. Und wie immer freue ich mich auch über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die bereits gespendet haben. Einen wunderschönen Juni. Und wie gesagt, denkt daran, Mars kriecht hier sozusagen durch den Wassermann. Also haben wir gerade in diesen Wochen eine besondere Chance, uns mit Mars zu verbinden. Alles Gute. Bis bald. Ciao. Ciao.